Willkommen bei Profischnack.de. Ich zeige Ihnen heute hier im Showroom in Empfingen einen Relax-Sessel der Firma Hukla. Und zwar, der Sessel heißt CR06. Ein Sessel small, elektrisch, mit Herzwaageposition. In einem Leder, das heißt Cloudy Smoke. Okay, ich bin 1,83, für mich passt der Sessel nicht ganz, ich bin etwas zu groß. Sie sehen das an meinen Knien, aber er ist trotzdem sehr bequem und hat hier auf der Seite vier Knöpfe. Der erste Knopf geht für das Fußteil, Moment, ich muss das zurück, für das Fußteil, da kommt das hoch. Der zweite Knopf senkt den Sessel im Schwerpunkt ab und nimmt den Rücken nach hinten, in die sogenannte Herzwaageposition. Und auf der anderen Seite, hier, ist noch ein Knopf, mit dem kann ich das Kopfteil verstellen. Die Armhäne geht mit, das ist sehr schön, weil ich habe die volle Auflage. Der Sessel ist drehbar, das ist sehr schön, wenn wir von überall hinschauen. Und diese Position ist sehr entspannend. Kein Akku integriert, kann auch nicht kaputt gehen, also Sie brauchen Strom. Aber ansonsten, alles drin, alles dran. Bis zur Herzwaage, sehr schöne optische Form. Tolles, imprägniertes Leder mit einer lechten Melierung, in einer gut zu kombinierenden Farbe. Eine schöne Optik, wenn Sie nicht größer sind, wie 1,75 Meter, 1,70 Meter und einen schönen Sesselwold in einem tollen Leder mit Herzwaageposition. Hier ist er, ein Messestück von Hukla. Schnappen Sie zu Hukla. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. Schnappen Sie zu Hukla.